Hallo, mein Name ist Lukas und ich kandidiere für das Kandidationsteam von LINX. Ich arbeite in einem Bestattungsunternehmen. Dort bekomme ich jeden Tag mit, wo Menschen in Wien am Ende ihres Lebens stehen. Und das ist leider ganz oft alleine, ohne Geld und ohne jemanden, der zum letzten Abschied nette Worte spricht. Ich will an einer Welt arbeiten, in der alle ein besseres Leben haben und niemand verarmt und alleine lebt oder stirbt. Aber die Welt wird nicht dadurch besser, dass man sich das wünscht. Dafür müssen wir ganz viele Menschen gemeinsam anpacken, Strategien entwickeln und vor allem ganz viel ausprobieren und gemeinsam an den Erfahrungen klüger werden. Und ich glaube, dass wir mit LINX und diesem Wahlantritt ganz wichtige Schritte dafür setzen können. Dafür braucht es aber eine tragfähige Organisation, die das ermöglicht. Manche von euch haben vielleicht schon mehr oder weniger konkrete Forschung davon, wie sie bei LINX mitarbeiten können. Aber ich nehme an, dass es im Raum auch ganz viele gibt, die es noch nicht genau wissen, wie sie sich in den nächsten Wochen und Monaten einbringen wollen oder können. Das sehe ich als einen ganz großen und wichtigen Auftrag an uns als zukünftiges Koordinationsteam. Denn wir werden die Fähigkeiten von uns allen brauchen. In der Koordination will ich mich um den Arbeitsbereich mitmachen und Organisationsentwicklung kümmern und dafür sorgen, dass wir das große Bedürfnis nach einer starken Linken, das wir, glaube ich, alle teilen, auch in eine organisatorische Stärke umwandeln können. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.